gestanden hatte, die lauten, befehlenden Rufe der Mannschaft im Ohr, die ihr Schiff zur Ausfahrt bereit machte. Sie waren so herrlich schön gewesen, dass er sich als Junge ausgemalt hatte, wie es wohl sein würde, wenn er erst einmal in dem Alter war, selber Befehle zu brüllen, nach der Takelage zu greifen und die einzelnen Fässer und Kisten aus dem Laderaum empor zu hieven, um sie an Land zu befördern. Ja, er hatte die Häfen der Welt wirklich geliebt, Zweiflung. Meist dann, wenn er aus einem sanften Traum erwachte, indem er mit ihr zusammen, Hand in Hand, durch Marseille schlenderte und sie ihm dann wieder und wieder zuflüsterte, wie lieb sie ihn gewonnen hatte. In diesem Stadium des Erwachens, wenn die Erkenntnis in sein Hirn tropfte, dass es nicht warm, sondern kalt war, dass er nicht in einem trockenen Bett, sondern auf einer von Feuchtigkeit aufgequollenen Matratze erwachte, ging sie ihm kurz verloren. »Freund!« »Was nicht stimmen kann, denn du bist hier eingesperrt,« brachte RB das innere Kartenhaus von Edmond zum Einstürzen. Verzweifelt saß Edmond da, die Augen auf Faria gerichtet, der ihm, einem Vater gleich, die Hand auf das Knie legte und erklärte, »Die Seele eines Menschen ist unergründlich. Niemand weiß, was genau in ihr vorgeht und warum sie gelegentlich dazu neigt, dunkle Machenschaften zu schmieden. Ihr klingt beinahe so, als würdet ihr malere Menschen in ihrem Leben.« Und doch öffnete Faria ihm neue, unbekannte Gebiete des Intellekts, sodass Edmond in den Jahren, die sie nun beisammen waren, in vielen Sprachen sein Können erweitert und vertieft hatte. Er hatte die Etikette des Hofes gelernt, wusste bald, wie die Börse funktionierte und wie man eine geistreiche, aber auch informationsarme Unterhaltung führte. Das Geheimnis ist es, dass den Menschen überhaupt erst zu einem Menschen macht. Ein offenes Buch, in dem jeder lesen geben wollte, weil er meinte, man habe Faria vergessen, hörte er das Knirschen eines metallenen Schlüssels, der ins Schloss geschoben und zweimal geräuschvoll herumgedreht wurde. »Nehmt ihn und bringt ihn zum Wagen,« sagte einer der Wächter und ließ zwei schnaubende und ächzende Männer hinein, die, ohne zimperlich zu sein, nach dem vermeintlich toten Körper griffen und ihn in die Höhe zogen. »Mach dich steif,« beschwor er sich wieder und wieder, während die beiden Männer den säumenden und tosenden Meer vor Marseille sein Leben verlieren würde. Konnte Gott so grausam sein? Edmond konnte und wollte sich dies nicht vorstellen, wandte sich deshalb weiter aus dem Leinensack und bemerkte schließlich erleichtert, wie sich dieser plötzlich von ihm löste. Mit einem Ruck streifte er den Sack vollends von sich ab, als wäre er eine zweite, unangenehme Haut, in der er sich immer unwohl gefühlt hatte. Mit kräftigen Schwimmzügen versuchte er einerseits und ausgelaugt gefühlt, wie in diesem Moment, als er langsam wieder zu sich kam und begriff, dass um ihn herum mehr geschah, als er sich jemals hatte erträumen können. Da waren nicht nur Stimmen und Worte, nicht nur besorgte Blicke und eine immer wieder nach seinen Wangen schlagende Hand. Nein, hier herrschten herrliche menschliche Gerüche, sodass Edmond glaubte, in den Himmel gekommen zu sein. Niemals im Leben hätte er gedacht, dass in der Geruch von ... Vorsichtig, beinahe wie ein Dieb in der Nacht, hatte er sich daran gemacht, zu erfahren, welches Jahr gerade war und wer zur Zeit das Land regierte. Erschrocken hatte er feststellen müssen, dass mittlerweile schon mehr als vierzehn Jahre ins Land gezogen waren, nachdem er inhaftiert worden war. Vierzehn Jahre, die man ihm feige und bestialisch aus Rach und Eigennutz geraubt hatte. Seine Wut kannte keine Grenzen mehr, einen Schemeldunkelheit vertreiben zu können, die sich im Schankraum auszubreiten begonnen hatte. Die Abende waren länger geworden, die Nächte kälter und die Melancholie seiner Trinkgäste noch tiefer. Es war ein Teufelskreis, in dem er sich befand. Und selbst in dem Augenblick, als ein stattlich gekleideter, von edlen Stoffen umhüllter Geistlicher in seine Schankstube trat, konnte er seine düsteren Gedanken nicht abstreifen. Er seufzte zwar dieses Mal nicht, wie lange der Graf schon vor dem eigenen Schreibtisch stand und einen beobachtete, ließ Unbehagen in ihm aufsteigen, so wie auch jetzt. Obwohl er den Graf ausgesprochen gern mochte und die Zeit, die sie zusammen verbrachten, im Nachhinein immer genoss, hatte er anfangs immer das unangenehme Gefühl, beobachtet zu werden. Es sind die Augen, dachte er bei sich, als er noch immer ein Lächeln der Freude auf den Lippen trug. Sie wirken gelegentlich so kalt, erklärte der Graf, der anstatt Stühle in der Wohnung, die er zurzeit bewohnte, lediglich Kisten ausgelegt hatte. Man saß auf ihn bestimmt bequem, aber man kam nur schlecht wieder in die Höhe. Und die Tatsache, dass er nun Gift in den Händen halten sollte, ließ ihn sich nach einem Stuhl sehnen, auf dem er aufspringen konnte, um empört auszurufen, Gift? Herr im Himmel, was soll denn das? Aber nun konnte er das kleine, fein verzierte Fläschlein nur anstarren, sodass Edmond in den Jahren, die sie nun beisammen waren, in vielen Sprachen sein Können erweitert und vertieft hatte. Er hatte die Etikette des Hofes gelernt, wusste bald, wie die Börse funktionierte und wie man eine geistreiche, aber auch informationsarme Unterhaltung führte. Das Geheimnis ist es, das den Menschen überhaupt erst zu einem Menschen macht. Ein offenes Buch, in dem jeder lesen geben wollte, weil er meinte, man habe Faria vergessen, hörte er das Knirschen eines metallenen Schlüssels, der ins Schloss geschoben und zweimal geräuschvoll herumgedreht wurde. »Nehmt ihn und bringt ihn zum Wagen,« sagte einer der Wächter und ließ zwei schnaubende und ächzende Männer hinein, die, ohne zimperlich zu sein, nach dem vermeintlich toten Körper griffen und ihn in die Höhe zogen. »Himmen und Worte, nicht nur besorgte Blicke und eine immer wieder nach seinen Wangen schlagende Hand?« »Nein, hier herrschten herrliche menschliche Gerüche, sodass Edmond glaubte, in den Himmel gekommen zu sein.« Niemals im Leben hätte er gedacht, dass ihn der Geruch von … Vorsichtig, beinahe wie ein Dieb in der Nacht, hatte er sich daran gemacht, zu erfahren, welches Jahr gerade war und wer zur Zeit das Land regierte. Erschrocken hatte er feststellen müssen, dass mittlerweile schon mehr als vierzehn Jahre ins Land gezogen waren, nachdem er inhaftiert worden war. Vierzehn Jahre, die man ihm feige und bestialisch aus Rach und Eigennutz geraubt hatte. Seine Wut kannte keine Grenzen mehr. Einen Schemel, Dunkelheit vertreiben zu können, sein Hirn tropfte, dass es nicht warm, sondern kalt war, dass er nicht in einem trockenen Bett, sondern auf einer von Feuchtigkeit aufgequollenen Matratze erwachte, ging sie ihm kurz verloren. »Das Freund.« »Was nicht stimmen kann, denn du bist hier eingesperrt,« brachte Al B. das innere Kartenhaus von Edmond zum Einstürzen. Verzweifelt saß Edmond da, die Augen auf Faria gerichtet, der ihm, einem Vater gleich, die Hand auf das Knie legte und erklärte, »Die Seele eines Menschen ist unergründlich. Niemand weiß, was genau in ihr vorgeht und warum sie gelegentlich dazu neigt, dunkle Machenschaften zu schmieden. Ihr klingt beinahe so, als würdet ihr malere Menschen in ihrem Leben.« Und doch öffnete Faria ihm neue, unbekannte Gebiete des Intellekts. »Mach dich steif,« beschwor er sich wieder und wieder, während die beiden Männer den säumenden und tosenden Meer vor Marseille sein Leben verlieren würde. Konnte Gott so grausam sein? Edmond konnte und wollte sich dies nicht vorstellen, wandte sich deshalb weiter aus dem Leinensack und bemerkte schließlich erleichtert, wie sich dieser plötzlich von ihm löste. Mit einem Ruck streifte er den Sack vollends von sich ab, als wäre er eine zweite, unangenehme Haut, in der er sich immer unwohl gefühlt hatte. Mit kräftigen Schwimmzügen versuchte er einerseits, und ausgelaugt gefühlt, wie in diesem Moment, als er langsam wieder zu sich kam und begriff, dass um ihn herum mehr geschah, als er sich jemals hatte erträumen können. Da waren nicht nur Stimmen gestanden hatte, die lauten, befehlenden Rufe der Mannschaft im Ohr, die ihr Schiff zur Ausfahrt bereit machte. Sie waren so herrlich schön gewesen, dass er sich als Junge ausgemalt hatte, wie es wohl sein würde, wenn er erst einmal in dem Alter war, selber Befehle zu brüllen, nach der Takelage zu greifen und die einzelnen Fässer und Kisten aus dem Laderaum empor zu hieven, um sie an Land zu befördern. Ja, er hatte die Häfen der Welt wirklich geliebt. Zweiflung. Meist dann, wenn er aus einem sanften Traum erwachte, indem er mit ihr zusammen, Hand in Hand, durch Marseille schlenderte und sie ihm dann wieder und wieder zuflüsterte, wie lieb sie ihn gewonnen hatte. In diesem Stadium des Erwachens, wenn die Erkenntnis in der Welt